So, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zurück zum CWO6 und diesem Spiel zwischen Team EHAG und Union Gaming Peru. We North American, beziehungsweise in dem Fall mit Peru American, Doto at its best, EHAG Union Gaming. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und mit Melini an der Anzahl der Entertainment Tickets bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube mal nicht, dass es Melini Melini ist. Nichtsdestotrotz, EHAG Union Gaming, Beut und Panda sind schon mal raus. Taita noch dazu. Und ja, hier nichts besonderes. Und ich bin hauptsächlich auch auf die Laning Phase gespannt. Klar, hier wird viel kommen. Und wir werden einen schönen Draft sehen. Aber erstens habe ich davon sowieso nicht so viele Ahnung. Um es mal so einfach zu sagen. Und zweitens kommt halt sowas wie ein Ogre Magi. Und da sagt jeder, oh mein Gott, nein, ein Ogre Magi. Der ist so besonders. Damit hätte niemand rechnen können, wenn er nicht gebannt wird. Well. Und der Dateiten, der halt auch gerade ganz gut im Spiel zurück ist. Deshalb leuchtet er auch so. Oder auch nicht. Auf zu leuchten. Äh. Ja. Um wenige Bugs zu sein. Naja, generell. 3 Uhr nachts. EHAG Union Gaming. Dafür lohnt es sich doch wach zu bleiben. Ich hoffe, beide Teams werden ein verheißungsvolles Spiel abliefern, wie ich es mir erwarte. Und ich hoffe, ich werde auch einigermaßen klarkommen. Aber das wird schon. Außerdem mit dem Stream bin ich mal gespannt, ob es jetzt hier besser läuft. Vorher irgendwie ein 8 Millionener Ping. Ein, äh, keine Ahnung, 8 Tausender Ping. Und, äh, schauen mal, ob das jetzt geklärt wird, wenn man mit der Bitrate um 100 runter geht. 650 Kilobitrate ist... Gott. Hm. Naja. In... Nach Weihnachten. Diese Woche ist es noch so schlecht, aber nach Weihnachten wird es ja wieder anständige Bitrate. Nichtsdestotrotz, wenn euch das zu ekelhaft aussieht, dann guckt euch die Spiele einfach die Tage auf dem YouTube-Channel. Sistason holen und... äh, Sistason suchen und dann passt es schon. Und dann kann man die in wunderschönen 1080p Qualität angucken. Center Warner. Hier als letztes, wer hätte es gedacht. Cent ist immer noch drin. Terrorblade wird auch gebannt, von daher da nichts Besonderes. Schön, auch da den Agarben hinterher. Damit werden wir hoffentlich kein allzu langes Spiel sehen. Ist natürlich auch schön. Wird's sehr... sehr hart und sehr risikoreich und sehr spannend, hoffentlich. Jo. Ansonsten, Weihnachtenstimmung. Weihnachtsstimmung, Weihnachtsstimmung, irgendwie noch nicht. Aber es kann ja noch kommen. Nächste Woche ist Weihnachten. Muss man irgendwie eine Wintermeld mal langsam anmachen. Kann ich das eigentlich jetzt noch? Ach, nee, lass ich mal. Schnell eine Winterloadout rein. Aber ja, Weihnachtsstimmung, keine Ahnung. Noch ist kein Schnee gefallen bei uns. Ich hab schon mal irgendwie gesehen, dass es in der Eifel oder so schon Schnee gab, aber hier im Hunsrück ist noch kein Schnee und in Berlin sowieso nicht. Das sind die zwei Orte, die ich gesehen habe, von daher hier noch nichts. Shadowfiend Bann. Besonders, aber nicht so viel aussagend. Ja, Weihnachtsstimmung, keine Ahnung. Der Baum steht schon, immerhin. Aber ja. Keine Ahnung, Anti-Mage-Bann. Interessant, EHG mit dem Razor, der schön in der Mitte Druck machen kann. Bisher hier noch, glaube ich, von beiden Teams relativ normale Lanes, würde ich jetzt mal sagen. Razor, E.T. und Cent sind halt schon so hellen, die relativ klar sind, wo sie hingehen. Centaur kann auch auf eine Solo-Lane gehen, aber E.T., klar, Ender Titan kann Solo-Lane. Es gibt nicht viel, was halt, also klar ist Solo-Lane besser, aber Ender Titan ist jetzt halt jetzt nichts, was irgendwie die Lane gewinnt. So Solo, dementsprechend, wird es da erstmal kein Aggressive Triathlon gehen. Uga-Maja ist natürlich ein schönes Substitut für eine Aggressive Triathlon. Skyrath Mage durchaus auch. Aber mal schauen, ob Aggressive Trilines irgendwann mal wieder so richtig doll gespielt werden. Die Carries sind ja meistens dafür raus. Außerdem mit der Verschiebung des Spiels mehr ins Late Game mit dem aktuellen Patch ist es halt natürlich schwierig, mit einer Triathlon durchzukommen, die eher darauf aufzieht, dass kurzzeitig ein Vorteil gefangen wird. Denn im Prinzip, klar, die Tri-Lane, wenn sie gewinnt, farmt noch, aber ansonsten wird dann einfach nur der Farm reduziert. Und das ist natürlich dann doof, wenn das halt nicht funktioniert. Halt zu viel All-In gerade dafür, dass das All-In halt im Mid-Game noch nicht gewonnen werden kann und damit relativ wertlos, würde ich jetzt mal so sagen. But, anyway. Skareth, Mage, Team Ehag, Jack-Carry oder Support könnte hier noch gepickt werden. Jack-Hero wäre noch im Pool. Wenn sie einfach einen generischen Jack-Carry bräuchten, Reliables, dann haben sie schon. Elder Titan Stomp. Da könnte durchaus ein Jack-Hero gar nicht mehr so schlecht sein. Aber werden wir sehen. Ansonsten würde mir jetzt, glaube ich, erst mal braucht nichts einfallen. Außer halt der Jack. Über den Gaming, Mitte und Carry ist noch frei. Mitte wurde ja schon relativ hart gebannt. Aber, ja, eine Viper ist halt noch drin oder sowas. Bad Rider sehen wir von Team Ehag. Nice. Sehr lange her, dass ich einen Bad Rider gesehen habe. Besonders schön, da das im doch professionellen Umfeld hier ist und dementsprechend einen sehr schön skilligen Bad Rider sehen werden. Sehr gespannt drauf. Und halt auch generell haben halt auch nichts dagegen gegen den Bad Rider. Sie könnten jetzt halt irgendwie Carry Avalon spielen oder sowas, aber ein Cent Ogre Sky ist schwierig, um den Bad Rider abzuhalten. Slug wäre da hingegen schon gut. Immerhin mal kann nicht gegrappt werden vom Bad Rider. Je nachdem, wie schnell Slug sein Coup gedrückt bekommt, dass der Bad Rider halt im wirklichen Executen ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass er da keine Möglichkeit eigentlich lassen soll für das Coup, aber ist ja immer noch manchmal möglich. Union Gaming mit dem Slug doch ein sehr starkes Mid-Game-Lineup. Soll auf jeden Fall rollen und soll Action machen. Aber Ehag hat jetzt auch nicht das ja, hat jetzt kein Lineup, wo ich jetzt mal sagen würde, okay, die werden von so einem Mid-Game leider überrascht. Nee, genauso Mid-Game wie Union Gaming. Von daher glaube ich bleibt es dabei. Kurz, intensiv und brutal. Irgendwo sollte jetzt hier mit dem Intensiv kurz und hart irgendwo noch einen Penis versteckt sein, glaube ich, aber Niveau, Niveau, Nivea. Letzter Bann von Union Gaming. Tim Iha braucht je nach den Carry. Support Elder Titan. Spectre, ja. Schauen wir mal, ob da irgendwas gepickt wird, was halt eher mit dem Battle unterwegs ist. Wraith King ist aber allerdings auch noch drin, mit durchaus gegen Slug Cent und dem Burst vom Skyrath Mage Ogre gar nicht mal so schlecht wäre. Aber auf jeden Fall glaube ich wird es irgendwas sein mit einem BKB. Somit vielleicht Wraith King hier nicht das Beste, aber Wraith King ist noch drin, zusammen mit, ja, vielleicht sogar ein PA mit einem frühen BKB. So ein gelassertes Ziel zu kritten, sollte ja nicht all so schwer zu sein. Wäre eine Möglichkeit. Dann schauen wir mal, Invoker letztes, Carry Invoker. Mal schauen, ob sie hier Razor oder Invoker carryen. Aber ich glaube Invoker ist der sinnvoller. Razor Slain. Mal schauen, ich nehme mal sehr stark an, Slug carryen wird. Von allem haben wir hier auch noch in Mitte von Union Gaming, wo die Viper als langweiliger Pick noch drin wäre. Aber ein bisschen spaßige Picks natürlich schon noch drin haben. sowas in so was in die Richtung packen. wäre wäre hier natürlich noch drin. Storm ist gebannt. Wäre aber auch hier vielleicht nicht die beste Wahl gewesen, da doch relativ viel Control im Spiel ist. packt tatsächlich kommt. Machen sie ein bisschen interessanter. Viper wäre hier durchaus noch drin gewesen. Aber vielleicht könnte die Viper nicht mit der Mobilität des ganzen restlichen Teams Mithalten. Somit wird gepickt und dann geben wir in unser schönes Pro-Match. Prinzipiell aber CWO 6 geht noch sehr, sehr lange. Zwar kommt jetzt am 17. Dezember also morgen das Ticket für die Games raus. Somit danach die Games geticketet. Aber generell wird es wahrscheinlich eher später, wenn halt wirklich die Matches Relevanz haben. Bisher, soweit ich weiß, IHAG an Platz 1 der Games dicht gefolgt von was haben wir hier? Keine Ahnung. Standings, IHAG, Teamwork und Union Gaming somit hier Platz 1 gegen Platz 3 möchte ich mal so sagen. Union Gaming braucht noch ein bisschen Tactical Pause am Anfang na gut Reconnect na gut wohl doch ein bisschen mehr als Tactical Pause IHAG wird wahrscheinlich relativ Standard Lanes haben hier mit SNA der auf dem Elder Titan als bei Union Gaming ist es ähnlich aber ein Center auf die Offlane geht und Park in die Mitte soweit nichts besonderes Daher schauen wir mal Teams gehen in ihre Lanes Also auf Radiant haben wir Team EHAG mit Seven auf dem Batrider Snarls Support Elder Titan zusammen mit Lust auf der Avengers Build und ja Merlini scheint das Ganze zu Carrying auf dem Razor in der Mitte Infinity auf dem Invoker wo ich sehr sehr gespannt Schöne Places Auf der anderen Seite auf der Competitor Seite haben wir Union Gaming mit Greedy auf dem Center Warner der direkt früh genug sein Wort herstellt mit Boots First ist es natürlich auch nicht so schwierig Erika und Benjaz versuchen ihren Wald freizuhalten haben aber gesehen dass er hier gewordert hat von daher ist es wahrscheinlich relativ klarer D Wort wird auch hier schon ausgepingt von daher ein Wort hier Benjaz auf dem Slug Carry zu Tog unterstützt ihn mit dem Skyrath Mage und in der Mitte zuletzt Pack von Leo Style und kurze Disconnect von Greedy in der Zeit können die hier mal Sentries kaufen bisher sind noch keine Sentries da ist ja durchaus was ich jetzt letztens erlebt habe eben dass keine Sentries am Anfang gekauft werden sondern halt nur noch wenn sie gebraucht werden Frage ist ob sie das Geld dafür noch frei behalten oder ob die erst nach wenn 200 Gold vorhanden sind gekauft würden es sieht so danach aus als ob hier kein Geld mehr für Sentries vorhanden ist was natürlich doof ist wenn sie wissen dass da ein Wort steht und der Wort ist sehr wichtig für Batrider zum einen block der dieses Pool Camp wenn sie da erst mal raushalten können aber halt nicht wirklich pressern können müssen sie hier stacken tja die Wards sind hier auch schon draußen für IHAG die auch keine Sentries haben aber natürlich auch nicht gesehen haben wo gestellt wurde und ja der Wort müsste hier relativ knapp in diese Ecke gestellt werden um wirklich die beiden großen Wards to Wards abzudecken dementsprechend auch besonders hier schwierig ohne Vision zu deworden bei Readiness ist es eine relativ einfache Sache kommt eigentlich schon irgendwie bis hier hin bis halt hier an die Ecke bevor irgendwie die bevor der Aufländer ähnlich hier rankommen kann und dann kann man halt schon sehen ob halt irgendwie die Wards eher hier sind oder eher im Bereich des Pole Camps zur Not kann man noch abwarten ob hier ob das Camp geblockt ist oder nicht und dann ist relativ eindeutig je nach Movement dass der Ward irgendwo in dieser Ecke steht hier unten klar man kann hier warden aber entweder steht der Ward auch hier man kommt nicht ran oder es ist halt auch irgendwie zum warden hier oder hier ist da ein bisschen schwieriger dran zu kommen lasst guckt erstmal nach ob hier vielleicht irgendwo in den Bäumen sich ein Cent versteckt hat Tja Eriko hat schon mal einmal mit der Keule 7 gezeigt dass ein Ogre Magi ganz toll ist um Leuten auf die auf die Stirn zu kloppen und ein schönes Illusion Gaming hier mal schauen ob Infinity sich davon beeindrucken lässt ist noch Out of Vision aber Lane gezeigt kommt hier rein aber ja geht auch noch zurück ist nicht greedy irgendwie in der Mitte der Pounce kommt ruhig auf den Badrider aber die Frage ist ob sie schnell genug sind mit Boots First kommt er weg relativ knapp möchte ich sagen oh letzter Hit wunderschön gemacht dann doch noch dran angeblieben trotz Tower Hits Zetok holt sich hier den First Blood kriegt gerade noch den Kill ich glaube er hätte ihn kurz einen Schritt zurück gemacht aber mit seinem Leben wird Zeit schön engaged und es waren halt nur zwei auf dieser Trilane das mit dem Ogre der noch ein Knight rein wirft ist wesentlich eindeutiger ein Kill Cent kann halt auch nicht so viel machen hier auf der Lane Last babysit ihn doch relativ gut sie wissen beide teams wo die sind beide teams wissen dass sie da nicht so viel bewegungsspielraum haben Last weiß wenn er hier weg er oder sie hier weg geht dann ja kommt Cent ran Cent weiß hier kann ich nicht so viel ran dann gerade ein bisschen Harris auf die Venge hauen aber halt auch nicht viel mehr Regen um sich da doch ganz gut wieder hoch zu heilen weit von Park relativ nah dran wie sneaky cold snap ist da sie train ein bisschen hits aber zum einen ist der ghostwalk da zum anderen ist er natürlich unter dem tower ein bisschen weit vorne was wir geschafft haben soweit ich das hier sehe ne ich dachte er hat einen Badrider in den Dschungel verkrochen weil er sich sehr lange nicht mehr auf der Länge gezeigt hat aber da ist er wieder und ja Oga verfolgt ihn da ein bisschen aber wird natürlich auch gesehen Last Sitz von beiden Teams beiden Carries relativ even Mitte pack ein bisschen voraus aber ist halt auch relativ greedy und könnte eventuell ein Go machen ja aber hat er doch kein Silence doch jetzt hat er ein Silence sollte kein Kill werden doch der letzte Hit kriegt hier den noch gerade so Tornado war gut aber hat er doch gerade den noch Coldsnipe invoked um halt nicht sich mit einem Ghostbock zu retten knappe Sache aber 2-0 für Union Gaming hier zumindest in der Mitte gerade das hauptsächlich durch Skill machen es war halt knapp aber es war durchaus halt gesehen Betrayer liefert sich hier ein bisschen Schermützel ist natürlich vollkommen okay kann jederzeit Firefly über die Klippe kommen und sich gleichzeitig hier noch ein bisschen was von diesem Snack Schnecken Snack 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 Das hätte ich in der Mitte von Infinity nicht erwartet so ein bisschen an der Hinterhand getroffen wurden weiß nicht ob er keinen guten Tag gewicht hatte aber nicht so gut mit Invoker klarkommt oder was da das Problem ist auf jeden Fall muss er da ich am Anfang bei Frank gehört habe muss er wohl aufpassen dass er hier nicht komplett das Game aus den Händen gibt einfach weil er die Mitte so weit feedet ein gefeedeter pack mit frühen blink dagger ist natürlich so was was man halt nicht unterschätzen sollte ja besonders wenn sie jetzt hier in Sand einfach dive na gut Sand wurde gedived mit der Illusion Rune war das dann noch möglich ne ist da will sich hier wieder in Battle aber dadurch dass Cold Snap halt kaum noch Damage macht das ist halt schwierig hat unten den Kill auf dem Center nicht gesehen aber auf jeden Fall wichtiger Kill halt auch um den Aufländer zurückzuhalten ist jetzt Level 4 Badrider noch nicht aber mal schauen ob sie hier ein Go machen können muss jetzt Firefly mit Damage 24 Leben knappe Sache Pack Dive mal wieder und Gott 0 3 auf Infinity sein Tag ist absolut nicht und ja auch Elder Titan kann ihm halt nur hinterher laufen Power Jets sind damit fertig der Pack wird problematisch und ich weiß nicht da müssen wir es machen ich finde die muss auf jeden Fall aufhören zu Feeden ist halt so und tja vielleicht müssen sie versuchen zu ginken ich meine Mensch und et ist jetzt nicht wie schlecht ist ein Helden dafür aber ist natürlich auch nicht so prädestiniert dafür er hat noch einen frühen Stomp keine Aura das ist natürlich ja Level 2 jetzt Stomp ok das Nas geht den Stomp hier hab ich noch so noch nicht gesehen klar mehr Sleep 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 nicht sicher was er damit bezwecken will ob es da ein Setup gibt um ranzukommen ich weiß nicht vielleicht damit es reicht dass die Imperial trifft aber eigentlich auch nicht bin ich mir gerade unsicher Korea hat einen Hit bekommen es ist der Radiant Korea mit Boots von Infinity ich weiß nicht was der Kurier da soll aber naja wieder mal ein Spiel Razer mit einer Midas wie im letzten Game der Skeleton King auch tja mach schauen klar Razer hat ewig viel Space sind den Last jetzt noch komplett drauf komplett even Vanjas und Melini liefern sich hier in Battle Ben Jazz gegen Ben Wu Ah Wortspiel hahaha so witzig so Smoke von Union Gaming in die Mitte mal schauen ob sie den Volker daraus bekommen das Problem ist aber wenn den Volker sowieso die Treppen runter geht dann ich glaube dann pick auf den Leo Style sowieso von selbst aber jetzt aber jetzt Level 6 auf dem Cent und somit halt ein relativ einfacher Stampede und ein relativ einfacher Kill hier Mako Toggle auf den Ogre Magi der natürlich die Tower jetzt viel besser aushält und ein Easy Kill 0-4 für den Invoker der sich glaube ich wenn nicht jetzt dann auf jeden Fall später sehr sehr stark wahrscheinlich unter Druck gesetzt fühlt auch von seinem Team wenn mir das weiter so geht wenn sie weiter so Pick-Offs bekommen könnte es tatsächlich der Grund sein dass hier eher das Spiel verliert wenn sie den Feed vom Invoker nicht unter Kontrolle bekommen ist natürlich klar jeder Feeds Badrider hat den Stack fast geschafft muss aber auch aufhören ist jetzt immerhin im Jungle mit der Bottle 1200 Volt gar nicht mal so schlecht im Prinzip für den Badrider oder ein bisschen gestackt für ihn sehr wichtig auf jeden Fall wenn so ein Badrider so ein Badrider ist halt genau der Hero mit dem sie zurückkommen könnten Pick-Offs holen und dann dann go on na knapp der Razor was bekommen wäre es auch egal aber erstmal in der Mitte wieder Infinity das könnte böse werden die Frage ist halt ob sie genug Damage haben und Skairith Mage wird hier gelassert und geht hier down als erster wichtiger Kill Infinity kriegt hier somit zumindest mein Assist bevor 05 steht immerhin jetzt 051 aber naja gut doppel Supports gegen Invoker 7 macht hier direkt die Pause vielleicht gibt es hier ein paar Lag Issues mit Invoker ich weiß nicht Cold Snap ist uncool und eventuell gab es da Probleme habe ich aber so auch nicht gesehen Union Gaming hat ein bisschen zu weit gedeift EHAG war zur Stelle und hat das gepanicht wichtig für EHAG aber trotzdem haben sie den Wokal verloren wobei natürlich 04 und 05 der Unterschied jetzt eher marginal ist wird bald seine Faceboots haben und mit bald meine ich doch noch einige Zeit später 100 Gold sehr weit zurück können wir uns hier beide Net Worth angucken Invoker ach du großer Gott Invoker ist unter dem Elder Titan in Sachen Net Worth das ist böse gut Union Gaming Smoke nach unten ja auf die Bottom Lane haben hier einen Observer Ward aber trotzdem traut sich der Razor erstmal nicht ran trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwann auf die Lane zurückkommen und dann schauen wir wie viel Games Sens hier Mellini zeigt kommt hier auf die Lane und wird direkt gefunden schönes Ulti gepoppt aber ich glaube das bringt nicht mehr viel der Razor ist tanky aber ohne Mech und nur mit nur mit Damage Items natürlich absolut nicht tanky wird hier schnell auch mit dem Double Edge Zufall gebracht 3 7 Binden wir haben uns mal die Grafen an nach 10 Minuten wir haben einen tatsächlich nur relativ marginalen Unterschied von 2000 Gold nach 10 Minuten Vorteil für Union Gaming in den XP sieht es ähnlich aus von daher Ehag finden trotzdem noch den Farm wahrscheinlich waren es doch die Support Kits die wichtig sind Centaur 1700 Batrider ist tatsächlich vorher früher fertig mit seinem Blink hat natürlich den kompletten Jungle benutzen können der wird allerdings hier gefunden allerdings glaube ich eher dass Skyrim Match ist der hier gefunden wird hier noch ein bisschen was abnehmen aber ja blinkt verlängert tatsächlich den Blink Digga Slow Slow Damage aber so weit wollen sie da auch nicht rein Stun kommt tatsächlich raus das könnte hier genug sein das reicht nicht ganz Slows sind keine vorhanden Razer könnte mit Blasterfield noch Damage machen aber ich glaube der Silence war tatsächlich das was ihn gerettet hat es dann wäre da die Animation ist auch relativ kurz von Ventures Bild dass sie da definitiv den Stunt hätte geworfen nachher wichtiger Silence hier von ZTOK war das irgendwie meine Worte auf Klingonisch Carsten war das vorgeschlagen von daher ZTOK hätte durchaus die Möglichkeit eine Beleidigung auf Klingonisch zu zahlen andererseits auf Klingonisch ist alles eine Beleidigung oder eine Herausforderung von daher ist das vielleicht auch nichts besonderes Blink 11 Minuten 40 auf dem Badrider für den Start einmal am Anfang gestorben ist das noch okay aber auch hier der Zentralor mit dem Kill auf dem Razor genug Mana und jetzt mit der Stampide hinterher wenn ihn wird wieder gefunden und mit einer schönen Ding rausbekommen allerdings Greedy wird jetzt gefunden Last kommt tatsächlich noch weg und jetzt kommt der richtige Turn schöne EMP Snap zurück von Jericho Puck geht hier tatsächlich unten down das bitte dass er ganz tief dived und dann eine Dominating Streep abgibt aber es lag BenJazz ist hier drin versucht den Battle noch zu down zu bekommen schafft es tatsächlich aber Infinity holt sich den Return 2 zu 5 der jetzt da was glaube ich ein Doppelkill hat und auch Oga stirbt auf der anderen Seite Snare holt sich hier die Killing Spree und auf einmal steht es 7 zu 10 und Union Gaming wirft wichtige Kills vor sich hin wir schauen mal ja XP einiges und hat auch der Gold Change 1500 das macht jetzt komplett wieder even nah Greedy knapp den Pils weggekommen und ja XP und da muss jetzt Union Gaming aufpassen klar sie haben Mellinien ein paar Mal gekillt auch Infinity hat nichts aber halt nichts desto trotz die Leute sind noch da und wir hatten halt eben das komplette Liner drin mit einem Pack und wir hatten den Slug drin und trotzdem haben sie den Fight verloren durch schöne Lassus und einen schönen Elder Titan Support müssen mal gucken ob das nochmal so passiert kann natürlich nah hier einfach vom Dschungel aus Deffen sie wissen dass er da drin ist aber ja im Prinzip ist Impede an und einfach mal schauen blind quasi und haben ihn gefunden die Frage ist die Supports kommen jetzt rein Infinity ist jetzt hier ich finde wahrscheinlich den Centaur juke noch ein bisschen rum und eventuell könnten sie das sogar turnen mit eventuell meine ich schöner Ghost Walk keine Detection da somit killst und jetzt müssen sie abhauen mit so Ghost kann sehr schnell counter nicht gehen gut schöne even xp graf das farben mit dem spilt ist so eine sache tatsächlich Level 3 hier auf dem Echo Stomp ich weiß nicht Union Gaming haben halt den Slark der viel Amor hat und halt auch besonders den Ogre Magi der Amor hat von daher weiß ich jetzt nicht warum sie die Amor halt komplett ignorieren mal besonders halt für das Plasma Feld und IMP Tornado Kombos ja wäre das Bild doch eigentlich richtig wichtig ich weiß jetzt nicht wie viel hat wirklich hier die 2 Sekunden mehr Stompen und die 20 Damage doch so relevant sind das ist halt 40% Base Armor Reduction ist doch definitiv mehr Damage als 20 und der Sleep weiß nicht Sleep ist halt immer so eine Sache vollkommen situationsabhängig ob er jetzt gerade den Ausschlag macht oder was vollkommen egal ist Schauen Cliff ist raus von daher Krieg Park hier den Tower wird auch den Lasted bekommen oder Greedy nein ist das nicht schöner Lasted so Merlini wird jetzt wieder angegangen aber schöne Continentation hier direkt Infinity macht das richtig benutzt den Quars Wechsel Invoker schön zum Continentation war aber auch etwas Greedy vom Centaur hier dass er da so komplett ohne Vision reingejumpt ist und ja auf dem Double Edge wäre das kein Kill gewesen Sotok war prinzipiell mit der Mystic Flater aber halt auch zu weit weg um in den Instanz zu reichen zu hauen von daher auch so nichts Hier Rekio kommt gerade so weg wobei die Reward kein Risiko besser so das reimt sich sogar pack auch direkt auf Scythe 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 auf Weiß ja Hex beziehungsweise Schäppchen Schäppchen Stäppchen ist ja noch viel schlimmer als Scythe auf Weiß ja Hex ist auch einen guten Weg dahin besonders wenn er mal so einen Batrider Solo killt oh 400 Gold nimmt man gerne mal mit und ja Park ist auf jeden Fall gerade der Player im Prinzip Slark farmt gerade nur wäre halt ähnlich dabei aber Park kann natürlich besser die Solo-Kills nehmen und Slark hätte gerne noch ein bisschen mehr Farm jetzt aufpassen den Vogue hat sich jetzt immerhin höher gespielt als ein Cent sollte ich auch mehr mehr Space bekommt oh was ist das für eine hässliche Zeichnung come on BenJazz du kannst es besser mal hier eine wunderschön gerade Linie wunderschönes Kreuz warum muss diese Zeichnung einfach so grottig sein die Implementierung davon keine Ahnung die Implementierung ist wohl zu Zeichnist ich zeichne lokal hier glaube ich und dann kommen die Pings je nachdem wie lange mein Ping ist verzögern sich die Einzeichnungen dann oder keine Ahnung das hier dieser Edge wurde früher gezeichnet als diese Edge von daher ist es auch nicht ganz deterministisch oder doch eigentlich das sieht mal gerade aus ja genau hier war jetzt gerade kein Leck warum auch immer das so ist wie dem auch sei bla bla booyah und wie auch immer hatte nicht irgendjemand Go gesagt ne second second go go na gut acht ja vielen Dank fürs zuschauen gerade es ist so früh warum tut ihr das ja ehag zu casten ist halt irgendwas anders als ehag zu gucken aber dementsprechend halt nochmal die ansage youtube mit selben namen in nicht crappy qualität vielleicht morgen 9 zu 12 18 minuten grafen sind even ei 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 es sind definitiv schöne berge aber es ist halt immer noch even und bisher nix zu sehen und ehag sehr defensiv ganze team steht hier muss sogar schon nach nach oben waven gut gar nicht mal so schlecht im prinzip steht union gaming gerade im wald und wartet auf leute aber ja sehr defensiv von ehag er sollte demnächst ein smoke gemacht werden sie haben auch schon ein smoke das ist normalerweise die situation wie man da wieder rauskommt aber den tower glaube ich geben sie da nicht auf sie sind jetzt nur zu dritt von daher ein wirkliches go können sie nicht machen die frage ist halt nur ob ehag hier mit dem batrader event für den pack bekommen oder nicht blinkt der schön gemacht vom pack der sinn von snar war wohl hier den blinkt auf cool anzusetzen und dann direkt rein zu blinken aber jetzt könnte die nächste möglichkeit dafür sein allerdings ist dann auch union game von hinten rein schön die schicht dream court of 2 der stomp ist zwar da aber eventuell ist ein batrader schon down kann sein lasso nicht benutzen oder technisch schon greedy geht aber trotzdem down das lasso fehlt noch einiges damage und pack kriegt hier noch im hintergrund den snar down die Frage ist ob er den blitz abbekommt nein zu 3 erst mal der trade hier das lief doch definitiv anders als ihr hat sich das gedacht hatte schön die schärchen von union gaming aber der damage war halt doch auch einfach da und besonders lag es halt schneller gepoppt als ich es erwartet hätte er war sehr schnell auf einmal tot trotzdem aber hier leo style hat prinzipiell die Hauptanteile des ganzen gemacht einiges in dem was da raus kommt da wird immer noch kein hex da oder ach lincoln wird das na gut ok 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 äh lincoln ist wahrscheinlich gegen bad halt auch sinnvoller generell als pack wenn man so einen stempel mit unkillable braucht dann ist das lincoln auf dem pack das und technically bräuchte man natürlich dafür noch einen oils aber das wäre eigentlich nicht ganz schlecht bad ryan direkt oilsen ohne cast animation wäre durchaus was aber ansonsten ist eventuell auch the silence und ja sonstige ist halt auch durchaus dafür da ist immer noch gezeigt dass sie relativ einfach aus dem lasso raus kommen dass das lasso bisher noch eigentlich keinerlei impact hatte von daher müssen sie eigentlich jetzt nicht da anfangen noch einen alz zu kaufen besonders wenn so viele schöneren alternativen wie einen decken für den pack natürlich immer möglich sind andererseits sind wir nicht in pub games von daher glaube ich mal dass er nach ein Hex kommt auch schön Ultimate Obst denken ist ja immer schön und ja und gut und wieder mal Union Gaming macht sich im Jungle bequem aber der Tower kriegen sie da nicht trotzdem alle Tower stehen noch von Union Gaming alle T2 Tower und nur der Mitte T1 ist hier down wohingegen bei Ehag hat der erste T2 gefallen ist klar 22 Minuten hey so schlimm ist es nicht für die Zeit aber trotzdem einiges an Gold was hier auf Union Gaming sitzt und im Endeffekt auch für sich arbeitet ist natürlich ziemlich gut dass Ehag hier noch im Game ist und es so even hat dafür dass sie prinzipiell drei Tower hinten sind was eigentlich ein 6k Gold Unterschied ist sogar noch mehr bei der Tower denied war aber ja gut kann man machen mit so einer Impissruhne dem Jukes schön gemacht das Problem ist hier wird Center Warner gefunden und komischer Swap aber Cent geht hier down und das war für den Stampede und nicht viel anderes außer das Lasso von Ehag das natürlich auch nicht so lange cooldown hat versuchen hier einen Trade zu bekommen Union Gaming geht in die Mitte an Ehag hat nur den T1 Tower und wie es scheint werden sich auch defen erst schon raus tippeat Venture Split hat kein tippe aber der Rest hat tippeat und ja invoker tippeat schon allerdings wie Leo Style wo ich für einen Ticken erwartet hätte oh Dreamcoyle wunderschöner Block wunderschöner Block und da könnten sie jetzt eventuell go machen einfach dass sie sehen es nicht kommen nein wollten doch rauskommen Jericho schafft es nicht ganz Merlini kommt aber doch weg zu viel Speed und Leo Style hat noch cooldowns somit Support für Support Trade für Trade auch weil das nicht mal wieder nicht angezeigt wird zu kurzfristig hatte ich hier eigentlich nicht mal ein Ingame Overlay mit meinem Namen rechts unten na gut jetzt schon aber schon einen zweiten Monitor mit einer Vorschau rechts von sich aber gut der Unterschied von dem Overlay ist natürlich auch wirklich marginal außer steht mein Name bestimmt eh irgendwo überall und ist nicht so relevant denn es geht um IHAC und Union Gaming und Grievils oh dass sie noch jemand benutzt goldene Grievils war das Ding nicht mehr viel wert damals als es noch Items gab ich bin noch der Meinung dass Items abgeschafft wurden dass ich jetzt hier sowieso nichts bekomme weil ich relativ selten spiele und sonst nur Cast ist klar aber doch von ja quasi prinzipiell 80% der Leute hört man halt irgendwie so dass sie kein einziges Item mehr seit dem Update bekommen haben was natürlich wirklich brennend wichtig ist für die Leute die hier Professional Dota zuhören über Items in Pubgames zuhören ja lassen wir das irgendwie immer noch relativ eingesperrt hier auf der mittel auf der mittel lane mit diesem wunderschön gezeichneten kreis der nicht mein Ei ist ist sogar noch zu oval für ein Ei ist aber immerhin ist jetzt Razer wieder auf Platz 1 von der Net Worth trotzdem ist der Unterschied halt danach so krass dass halt eben Union Gaming 2 große Cores hat danach eben erstmal nix allerdings ist ein Invoker mit 8k Net Worth der sich langsam hoch spielt klar kann er doch relativ gut farmen allerdings könnte das Dezent auch der seine Items erstmal hat Forster für Uga gar nicht gar nicht mal so schlecht na schauen wird demnächst was passiert Melini ist relativ weit vorne die Frage ist ob Ehag das weiß dass er alleine ist oder es scheint so als wüssten sie das denn sie haben hier ein Wort allerdings sind sie jetzt hier drin 7 zieht ihn hier zurück Centaur schafft es gerade so weg zu kommen Tornado doch noch knapp geht es wieder weiter Earth Splatter Star wird gedodged von Leo Style weil ich mir gar nicht so sicher mein ob er überhaupt gedodged wurde aber Batrider geht hier auch down Contenation gut oder schlecht aber trotzdem nichts gebracht und Lust ist hier auch noch gerade in the wrong neighborhood geht ja auch noch down 3 zu 0 hier der fight mal davor angucken relativ lang gezogen am Endeffekt ist dann doch nichts passiert für Union Gaming so schlimm aus ist besonders die schöne Contenation von Union Gaming oh was ein schöner blink hier auf Infinity richtig schön gemacht Dominating Spreak von Invoker die er gerade angesammelt hatte jetzt haben wir Invoker 4 6 somit halt ja prinzipiell halt die letzten paar Kills geholt und wieder abgegeben auch 27 Minuten Skadi mit Blink das ist gar nicht mal so schlecht 200 Last Hits 7 2 ja das kann man durchaus sehen lassen pack jetzt mit dem Gem auch noch es wird schwierig da auch die Map Control zu behalten für Badreader klar Badreader ist halt der Wandelnde Ward das ist erstmal gut das Problem ist nur um den Badreader super einzusetzen musst du eigentlich wissen wo der Gegner ist und das ist natürlich ohne Ward Zeit so eine Sache und ja mit dem Gem und mit dem Slark ist natürlich D-Warden D-Warden war nie einfacher muss sogar nur nicht mal auf Klippen gucken sondern nur auf die die Slark ansagt und oh Gott ok ja 27 Minuten Skadi ist gut 27 Minuten Skadi Blink und Basher generische deutsche Expression ja die Waldfee Wurz da irgendwas oh mein Gott oder sonstige Aussagen die einen erstaunen ach anyway Dinge auf jeden Fall Puck ist gut dabei Slark ist gut dabei der Farm ist da aber da verhalten sich Ehag trotzdem noch relativ gut 13 bis 20 Union Gaming hat zwar langsam in den Kills die Nase vorn und ja auch im Net Worth haben sie so langsam die anfängliches Auf und ab um die plus minus 1k Gold über überstanden und können jetzt hier jetzt einen guten Go machen wenn Just geht zur falschen Zeit glaube ich aus dem Wald raus aber generell guckt euch an wo IHAG stehen zu Recht die Frage ist ob Melini ist mittendrin Leos der kommt sehr low und geht hier down muss er aufpassen allerdings ist jetzt eigentlich nur noch Melini im fight und Batrider aber Center Runner ist hier low scheint aber Plasma field ist da und holt sich den kill 2 zu 2 in der Trade aber zwei wichtige Cores dafür allerdings ist Ben Jess noch drin und könnten hier eventuell Melini bekommen BKP ist down Lasso ist allerdings noch drin auf Ben Jess der jetzt wohl hier down geht aber es ist und jetzt müssen Eherk laufen und gut Melini entscheidet sich für das TP richtige Entscheidung aber ja zwei Cores für 2 zu 3 war hier der Trade even eigentlich schon der Punkt ist aber dass sie 10 in T2 dafür bekommen und das hat sich dann schon wieder gelohnt Ninjas kann das hier eigentlich ohne große Probleme machen Lasso ist down nur Eraser ist eigentlich noch da zur Not halt auch einfach nur eine Glühfe geforst immerhin hier ist noch zwei Minuten benutzt gut im Timing muss man ja nicht bis zum Ende warten hat sich gut angeboten und im Prinzip hat Nehehack halt irgendwie das beste Präsentium was sie sich da bekommen hat schön hier verteilt an den Bäumen oben war auch gar nicht so sicher natürlich könnte es Angst sein aber es war halt okay sie kommen halt von hinten wir müssen uns halt irgendwo gespreadet wegen der Dreamcoil und halt so weit wie möglich hinstellen und Melini als tankiger Razor steht halt in der Mitte und dann hoffen wir dass wir sie sandwichen können hat halt relativ gut funktioniert und haben sie den hier gemacht und das hat ihnen überhaupt erst ermöglicht den Pakt zu bekommen der noch auf einmal in der Mitte war das ja ist eine sehr gute Pause wie Infinity schon gerade anmerkt okay was haben wir wir haben einen Vorwärts Blink Silence und einen Orb nach draußen so wie es scheint wenn er Deanimation hat heißt es dass das Orb hier nach außen geht und ja ohne Silence ist es passiert hier wohl nichts okay aber schöne Pause 21 15 die Grafen sind nach dem Fight ja es war halt komplett even seriously der nächste Fight könnt ihr zumindest den T2 auf der Top Lane entscheiden oder ja ich weiß nicht um Migrant geht es noch nicht Ibeck ist noch eher irrelevant aber das Net Worth vom Slug hat jetzt schon so langsam einiges an Vorteilen einiges an voraus gegenüber dem Razor gespielt von einem Ben Wu Fan oder Meli selbst bin gar nicht so sicher ich weiß nicht wie viel Tickets oder sonstiges die Leute haben aber 2000 Wins ist glaube ich ein bisschen wenig dafür naja dann googlen mal ein bisschen Melini mal gucken wie viele Leute Melini heißen oh Gott ok sie haben alle dasselbe Icon nämlich das von Melini natürlich ok verified hier na gut geht weiter total buff hat zum glück verified players da kann man gucken wer der echt ist aber egal records 2500 spiele scheint tatsächlich Melini zu sein kommt zumindest einigermaßen hin von den Wins und den Losses die auf dem Profil zu sehen sind ich habe da jetzt gerade mal Lust drauf zu gucken 2307 und DotaBuff sagt 258 Wins ok scheint doch nicht Melini zu sein sorry Leute keine Ahnung oder DotaBuff zeigt ein paar spiele nicht an das kann natürlich auch sein keine Ahnung wie ich das sonst so bestätigen kann außer irgendwie nach dem Game zu gucken ob er in diesem Spiel drin war weil er bei Sapphire dabei ist und sonst noch nicht damit gespielt habe glaube ich eher nicht anyway wir haben Union Gaming die doch hier Druck machen und durch die Mitte versuchen hier ein Go zu machen aber werden wahrscheinlich relativ schnell hier sehen dass hier oben eine Watch steht immerhin haben sie Slug und aber auch leider kein Gem mehr wo liegt das Gem gerade oben wer hat denn das Gem hier Slug hat das Gem na gut selber D-Warden geht natürlich auch ganz gut wahrscheinlich haben sie den Pakt geschlossen Leo Style hat gesagt hier Game kommt zu mir erstens habe ich ihn gekauft und zweitens sterbe ich sowieso nicht dann oben auf dem Fight ziemlich schnell gestorben und dann so Benji ist ok nope meins wenn er das demnächst stirbt dann kriegt er das und ja mit 5000 Gold kann man auch direkt meinen Necro 3 kaufen prinzipiell haben sie halt nicht so wirklich viele Ziele für den Hex also klar man kann vieles hexen aber nichts was irgendwie sinnvoll ist klar ein Badrider aber da haben sie halt auch jede andere Control haben halt irgendwie nichts was sie irgendwie vor der Transformation rausbekommen könnten natürlich wäre so ein wäre so ein Hex natürlich gegen Mut gegen einen Razor ungeb BKB aber egal whoops diesen Badrider hat es zerfressen Elini ist hier in allen drin versuchen hier nämlich rauszuhalten Ben Jess wird hier fairly low hat aber noch seinen Shadow Dance und kann natürlich dann einfach weglaufen außerdem mit dem BKB ist es halt schwierig wenn Schuss Bild kommt hier von hinten nochmal reingelaufen wollte nochmal sterben Triple Kill für Ben Jess lost lost holt sich den Kill 4 zu 0 der Trade Ach Trade ja sind nicht immer Trades 4 zu 0 das Engagement wunderschön gemacht aber halt auch nur möglich einfach wegen der Invest Rune konnte Ihak in dem Sinne halt nichts machen außer eventuell hätte Melini hier noch früher raus zippien können hätte er durchaus machen können aber gut ich glaube das ist jetzt endlich der verdiente Tower für Union Gaming der letzte T2 der noch da steht andererseits habe ich jetzt auch das also ja wird es jetzt wahrscheinlich weggehen und auf Roschang gewartet werden von daher war das wohl auch die letzte Action die wir für anderthalb plus x Minuten sehen werden denn ich glaube nicht dass Union Gaming hier den Vorteil einfach mal so high ground wegwerfen wird und ich glaube auch nicht dass er irgendwie rauskommen kann und mehr als einen pickoff hier holen kann kann sein aber ich glaube hier wird erstmal ein bisschen gefarmt ah ok ich habe den anderen Melini gefunden aber was interessant ist weil den Melini den ich gefunden habe hat irgendwie von zen wieviel games seit knapp 3000 4000 games hat er 600 games mit invoker gemacht und darf ihn hier trotzdem nicht spielen der arme trivia time wenn nichts passiert ja es wird gepusht es wird zurück es wird in den dschungel gegangen es wird weiter gefarmt er kann nichts machen höchstens raus smoke können aber das ist der smoke von union gaming ich glaube vengeful hat noch einen dabei nope hat sie nicht ist einer im shop cooldown das ist natürlich doof sieht aus hat irgendjemand noch smoke hier ja bad right on smoke könnten sie durch was machen aber finden lieber meddini einfach so mit wunderschönen tornado wird hier erstmal wohl nichts passieren allerdings BKB ist auch down und trotzdem kommt er mit einem richtig schönen earth splitter und was ein stomp hat er da schlimmeres verhindert das nah ist hier on point mit dem splitter und den stomps muss schon sagen bad rider hat natürlich noch den blink 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 stun ist jetzt drin und ah das ist alles used nicht mehr viel da und einen kill auf den bad rider der doch ein bisschen vielleicht ein bisschen greedy war aber halt hauptsächlich schöne blink rift vom pack der den stun unterbrochen hat ja ich glaube ogre sollte was was tut ogre alleine da mit einem forstuff sie können ihn nicht so wirklich töten weil es ist halt ein ogre und hat millionen leben ok nein er hat millionen armor und viele leben ja für support aber klar ein bisschen ist natürlich auch als all sam da den basher hat er schon lange hat erstmal ein bkb gemacht jetzt nach elf minuten halt das bkb vollständig und ein bisschen ist doch ist doch gut im timing muss man schon sagen net worth ei ei klar besonders halt den unterschied zum invoker 10.000 net worth mehr als invoker talk about solo kills gescoutet wird von beiden seiten aber erstens kann er nicht contesten und zweitens ja ist er halt noch nicht da 20 sekunden noch mal schauen ich würde mal sagen er kann nicht contesten kann natürlich immer noch sein weiß ich nicht aber ja spätestens wenn diese fetten linien hier auftauchen läuft irgendwas für das team ganz besonders schlecht 14.000 net worth und knapp 20.000 xp für union gaming die hier sehr weit vorne liegen mal gespannt ob sie das noch verloren können es müsste eine anzeige gerade im aktuellen patch müsste es eine anzeige geben für streaks im laufend also 12.2 heißt halt schon dass wahrscheinlich relativ große streak hier auf den slug auf uns wartet aber trotzdem wäre es wahrscheinlich cool so eine streak anzeige zu haben wo man halt auch sehen kann wer wie viel wert ist weil ich weiß das gibt es noch nicht oder irgendwo in der konsole so jetzt wissen sie dass rohstein da ist aber ja ist schon fast vorbei smocken sie ne gehen nur zu wave badrider kann hier noch in ruhe und bisschen farmen wobei ich in ruhe sage panic und schnell weg nichts sagt in ruhe farmen wie firefly blink forst def alles rein raus bloß nicht auf der lane verbleibend immerhin für den badrider hat irgendwie centaur noch keine boots of travel jetzt könnte er wirklich einfach hintepien hinterher blinken hinterher vorsteffen mit stampede und dann hat der badrider wirklich keinen spaß mehr auf so lane aber den tower könnten sie vielleicht hier bekommen pustekuchen das war ein langes tp und ich glaube das ist auch relativ eindeutig dass er ein smoke war nach dem tp aber ist raus tp und auch der rest mit hier raus badrider hat boots of travel ready aber ich glaube auf der ecke werden sie erstmal noch nicht gucken außerdem kann er hier weiter hocken und split pushen und das ist schon die nächste wave ich sei ganz sicher verdammt ist sie aber noch da allerdings puck ist relativ nah dran aber kriegt ihn schon tatsächlich wieder und da ist die dream call und badrider ist down das war nicht wirklich ja keine ahnung konnte ihn halt nicht sehen das war auch nebensinne keine greed gut gespielt vom pack war schnell genug da ja jetzt allerdings ist es das problem denn da haben wir den razor die schnell angegangen wird bkb ist auch schon gleich wieder zu ende das dd ogre und das nächste bkb ist an mit dem refresher ist natürlich möglich jetzt muss ben jess aufpassen aber er hat natürlich der jegis relativ einfach und melini geht down aber leo ist da er könnte mit seinem Leben bezahlen wird hier zurück getrackt stun ist da aber zu spät und ja jetzt geht leo stay down killing spree für pack 2 zu 1 bis der trade eher versucht zu scramble und irgendwas raus zu bekommen aber auch ein wütender slug wartet drauf 22 sekunden bis das abyss blade wieder da ist und ja natürlich mit dem killing spree auf dem pack war das natürlich in sachen xp und gold doch schon wert und gut für eh hack das problem ist halt aber dass razor on the sidelines ist und zwar ohne buyback und das ist eine ganz doofe idee wenn der Gegner vorm tower steht und den haben will aber glück für eh sie haben relativ viel lane clearing und können doch da gut verteidigen auch wenn es nur tornado wave und stomp ist dann sollte das eigentlich für die wave ausreichen und jetzt wird hier ein go gemacht das tapete reicht nicht ganz weg zu kommen aber dafür hält der cent tatsächlich zu lange zu viel aus und hier ben just wieder rein zu gehen allerdings nicht mehr denn das bkb wäre schon fast ausgelaufen und overextenden wäre jetzt durchaus möglich denn Merlini ist wieder da könnte hier was machen aber union gaming steht vor der türschwelle von ihag und wird er erstmal nicht wegkommen und ja oga kommt rein und direkt bkb von Merlini geforst das jetzt wieder auf cooldown ist und wieder weniger würde 5 sekunden bkb ist es jetzt sehr weil ich glaube das war es jetzt schon aber ja es hat sich auf jeden Fall gelohnt das bkb um es mal so zu sagen denn prinzipiell hatte der das bisher immer gebraucht wo es aktiviert wurde Merlini ist halt die letzte prinzipiell die letzte bastion noch der letzte tank der zwischen union gaming und den ancient von ihag steht mal schauen wie lange noch 16 zu 32 steht hier also faktor 2 zu 1 in den kills in sachen net worth sieht das ganze nicht so kritisch aus aber 15k net worth und knapp 25k xp sieht das schon schlimm aus aber immerhin hat man einen badrider und dann kann man solche easy pick off doch ein schöner stomp auf 2 auf 3 sogar waren das wie die kommt jetzt hier relativ low wunderschön das swap hier aber scheint wegzukommen nein da ist ein badrider dahinter und macht all macht ihn down aber es lag es hier drin und muss jetzt bkb poppen und abhauen jetzt sind wieder an der Hinterhand haben relativ viel geforced aber das Problem bei 5 5 Sekunden bkb ist natürlich man kann es halt auch einfach mal rein werfen die sind jetzt alle geused aber mit dem Tod von greedy ist erstmal die aggression von union gaming vorbei das riecht wieder so nach einem back to farming back to roshan ich glaube damit liege ich gar nicht mal so falsch aber eventuell fühlen sich jetzt eher besser und wollen das vielleicht nochmal contesten wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube dass sie das können schönes chicken auf benjas aber leider ein bisschen zu früh war noch niemand anderes da und slug tja nächstes item für slug was ist es butterfly könnte durch was ein butterfly sein sie einfach brauchen ist ein ac ac und flades fladimirs könnte uga kaufen oder cent aber ich fürchte mit dem mit dem et sollten sie vielleicht den fladimirs und ac kaufen denn die armor ist schon relativ wichtig vielleicht nope vielleicht finden sie hier nope das ist eine ziemlich gute idee das problem bei benjas ist naja gut 6 sekunden bkb ist jetzt auch relativ weit down hat sich auch ein butterfly gekauft noch keine mkbs draußen werden wohl auch erstmal keine kommen razer könnte sich durchaus eins holen aber wird erstmal mit dem axe refresher hauptsächlich den damage machen andererseits wird der damage wohl nie auf den slug gehen mit 2,7 leben 2,7 k leben wird sich das ulti glaube ich meistens ein anderes ziel suchen und ja im flutter 522 movement speed warum nicht xdpkb ist draußen auf dem invoker muss ich schon sagen ehak halten sich hier gut die frage ist wir brauchen nur noch einen fehler zu machen dann sind es sehr schnell zwei lineups of rags und ehak haben definitiv kein lineups um gegen megacrips zu defend daher sieht so aus als ob hier union gaming das forcen wollen glaube ich aber nicht denn ja roshan ist halt bald wieder da so auch generisch von daher macht es eigentlich keinen sinn das zu forcen so stomp ist da auf last der erster forst death aber sonst kein forst death wird hier gedauert gemacht auf infinien infinien ja infiniti wird hier gefunden 2 zu godlike für den slug und ja oh god mit mit dem rot of aui aber einem schönen defensiven oils sieht das cool aus aber jetzt sind sie einmal drin jetzt gehen sie hemmen muss man sozusagen wenn jess wird gefunden wird in den razor reingetrieben zieht relativ viel damage hier raus 140 die frage ist wie viel melini hier machen kann kann er turn denn das große problem ist union gaming gehen zurück warten das ulti ab und holen sich dann die beiden rex buybacks für den invoker sind nicht da und bling stomp melini sogar greedy hat noch so viel zeit um raus zu dp razer buyback das waren die einzigen buybacks die ehag noch haben und ja ersten rex sind down sieht schlecht für ehag aus ihr merkt schon caster optimismus sieht schlecht für ehag aus das heißt meistens das Spiel schon lange vorbei ist eh ja jetzt ist vorbei ehag haben sich lange gehalten aber jetzt im endeffekt union gaming mit so einem fetten slag und so einem fetten puck laufen doch jetzt so langsamer durch fiend noch ein bisschen weil es gerade so schön ist und weil das halt gerade das problem mit dem caster optimismus ist man ist ständig optimistisch dass ehag das doch noch rumreißen kann dann kommt die aktion wann als caster sagt okay ist vorbei ja und dann ist natürlich nicht vorbei ist invalidiert so alles für das ich stehe oh man nun gut 1937 noch ist es anscheinend nicht vorbei wir kommen jetzt auch in den bereich wo eine rex nicht mehr so viel ist aber ehags müssen sich da anstrengen mal die net worth wieder auf um halt auch zu zeigen wie weit sie voraus sind xp immer noch 25k aber auch der net worth bei 20k das ist nicht zu unterschätzen und jetzt mit dem Moshan glaube ich wird das dann einfach A-Click in die Basis A-Click auf den Ancient dann sollte das das Ende für IHAG sein seien sie packen jetzt hier nochmal richtig die Action aus Cheese ist jetzt auch auf dem Board wer hat den Cheese übrigens wahrscheinlich verscheinigten Cent nein ein Skyrath Maid hat den Cheese denn er ist basically out of mana jetzt gerade auch noch drauf um das Plasmafeld aufzuhalten nicht mal so schlecht ich hätte halt wirklich mehr auch unerwartet gegen den E.T. würde das halt wirklich den Damage sehr sehr stark ignorieren sonst haben sie noch gar keinen Basi oder nicht mehr einen Basi das ist glaube ich wäre da doch einiges möglich schöner Lieb hintereinander aber BKB wird aktiviert schöner Swap auch raus hier das Splitter sitzt richtig schön jetzt wird Greedy rausgezogen noch ist keiner tot aber Greedy stirbt tatsächlich als erstes hat aber auch die Aegis Avengers wird gedraint aber nur 8,20 nicht genug dafür zu machen jetzt wird gefightet unter dem Tower Avengers überlebt noch ganz aber tatsächlich IH können jetzt turnen und Union Gaming sind auf der sind auf der Flucht Union Gaming Avengers hat eine Urne trifft hier nicht ganz ja Uga muss hier turnen einfach damit sein Carry überlebt richtige Entscheidung sich da einfach reinzuwerfen und nochmal einen letzten Multicast reinzuwerfen aber ups da haben sie prinzipan Aegis dazwischen geworfen sind doch nicht so weit voraus wie sie sie dachten schöner turn von Ehag aber prinzipiell auch ein starker Panic und wir sind in der Stage of the Game wo wenn man da nicht mehr durchblickt und ein Smoke ja ihr Hugs wollen es wissen ich bin gespannt ob sie einen finden sollten sie glaube ich schon ob hier Benjars Farm kommt wahrscheinlich Lasso ist auf Cooldown oh schönes schöner Swap schöner Hex und das Ende von Benjars richtig schön gemacht und Invoker kriegt hier die Godlike pre Godlike Streak und wie viel Gold ist das 1.300 das waren 2.777 Gold für einen Kill holy fuck so viel zu sie haben sie haben es genervt aber ja gut klar Godlike Streak ach du Scheiße 1.000 seriously wenn es so weiter geht geht es ja noch Net Worth geht wieder nach oben ja aber der kleine Fitzel waren 2.800 Gold na gut Ehag zeigen auf jeden Fall dass sie es noch in sich haben die Frage ist ob Union Gaming dann bald nochmal zeigen dass sie es eben auch in sich haben und hier die Klappe zu machen mal schauen ob sie jetzt halt durch die Mitte gehen ob sie halt wie angepingt erstmal nochmal bottom pushen wie halt so der Gameplan ist oder ob sie jetzt halt wirklich einfach auf die nächsten Roshan warten klar das Spiel ist langsam so weit vorne dass es hier relevanter wird nur noch auf Roshan zu warten und keine Fehler mehr einzugehen aber das wäre natürlich zum einen jetzt gerade für die Zuschauerinnen blöd weil ja es wird erstmal nichts passieren das war dann auch für mich weil ich im Draft definitiv angesagt habe dass das Spiel nicht so lange dauern wird so viel dazu wird es Minuten na ist nicht lang ist nicht lang nein ich sag bisher gar nichts schauen wir uns mal die Items durch Badrider ist soweit maxed eigentlich geht jetzt auch auf den Hex wahrscheinlich oder auf den Chiefers Invoker Plate Male könnte hier auf den Chiefers gehen ah ok das war nur eine Elo ja ist ein Beat raus aber hey die nächsten 60 Sekunden passieren sowieso nichts Slark hat eigentlich noch BOTs die er wechseln kann Jericho hat auch das Agas von daher wenn wir demnächst ein paar mehr Multicasts hier zu sehen bekommen wahrscheinlich Blink Forst der Fistar Scarlet Mage hat auch Blink und Rod of Aoi geht wohl auch auf den Hex falls ihr das Geld bekommt Puck ist quasi maxed und ja Centaur hat noch ein bisschen Spielraum auf der Seite von IHAC haben wir halt Melini der halt auch gemaxed ist natürlich die Maiters noch wegwerfen kann klar aber erstmal noch nicht außerdem Buyback und so ist er noch ein bisschen weit weg von Invoker wie gesagt mal schauen ob er schiefers geht weil ja AC wäre halt noch drin durchaus ich weiß also sollte er eigentlich aufs Decken mit der mit der Natural Order also ja natürlich von daher wäre das gar nicht bloß so schlecht aber wir werden sehen ob es ein Cheevers wird ob es ein AC wird mal schauen ja Wendsch for Spirid bleibt Mel okay und dann E.T. den nur ein Oils hauptsächlich das hat er natürlich schon am Anfang gehabt aber die restlichen Items War Staff BKB in der Mache er ist halt gerade Position 5 stompt halt ganz gut aber halt auch der Stomp macht pusht halt die Lanes anstatt Damage zu machen so und Union Gaming ja wollen den Smog haben aber ja Quartier erstmal nicht rauskommen aus dem Pushen ihrer Lanes so wrap around versuchen irgendwas hinten zu finden aber nichts gefunden schade für Union Gaming aber Glück für E-Hack beziehungsweise natürlich auch einfach Gamesense klar das war halt schon einer der offensichtlicheren Smokes alle Lanes pushen raus niemand macht Druck ja es ist halt super schwierig für Union Gaming irgendwie rein zu pushen der Stomp halt macht das schon einiges der Stomp macht halt kaum Damage aber die 5 Sekunden die der halt einfach mal die Creeps Stunt alle ist halt extrem immer sie kriegt halt nichts Damage und die ganze Creep-Welf stirbt halt einfach nur bevor sie irgendwo rankommt und das halt für N Creeps und Badrider kann halt auch einfach mal so eine komplette komplette Lane durchfarmen also das wird der nächste Roshan hoffentlich dauert es nicht so lange denn der Roshan markiert mal wieder das nächste Mal wenn irgendwas passieren wird hier ich brauche eigentlich auch meine Kamera gar nicht zu bewegen denn hey sonst passiert da nichts hm 2 Minuten na gut 2 Minuten noch Tja ich ja keine Ahnung wird wahrscheinlich nichts passieren damit es eine Evis-Route auf dem Center war aber weiß nicht wird halt auch niemand rauskommen was ist das für eine Range ich meine der Tornado hat eine 3200er Range und ich glaube mal wenn der Spirit läuft hat er eine ähnliche Range von daher mit Forge Spirits niemand muss raus es gibt halt absolut keinen Grund für IHAG aus der Basis raus zu gehen und es gibt absolut keinen Grund für Union Gaming vor Roshan irgendwas zu tun langweiliges Doto ist langweilig aus dem glaube ich sind wir schon ein bisschen overdue im Schedule aber das ist natürlich auch erstmal egal danach also nach diesem Spiel wird Together We Did It vs. Miparino stattfinden aber das ist ein bisschen spät wenn ich hier schon im Elternhaus meinen Vater höre der zur Frühschicht aufsteht und ich habe angefangen wo er ins Bett gegangen ist das ist so okay time for bed soon aber erstmal time for Roshan und ein wunderschöner Sanszweck der genau 5 Sekunden zu früh ist aber ich glaube er hat immerhin mit dem Z da stehen gescoutet Kurir sollte vielleicht auch mal dahin fliegen wenn er schon da zum Scouten steht ja und da ist Roshan ansonsten alles läuft wie es läuft die Items was ist passiert BKBs ist rausgekommen auf dem Elder Titan ich glaube ansonsten ist nichts passiert mal schauen wer den Cheese holt und wer die Aegis holt ich glaube Benjus sollte die Aegis diesmal wieder nehmen was zwar mit Greedy ganz gut funktioniert aber Centaur Runner bringt halt natürlich nicht so viel auf den Tisch wie wie natürlich ein Slug der wiederkommt so wie es hier mit dem Kurir aussieht wird das ein BKB was dem Slug zugeflogen wird wenn die Aegis zu Ende ist mal schauen ob sie das zulassen Butterfly jetzt auch für Razor das ist ein relativ großes Item wir schauen uns mal die Buybacks an die auf allen wichtigen Heroes außer dem Centaur da sind die Lastsits werden auch langsam viele wobei natürlich 500 Lastsits für 60 Minuten nicht so viel sind weil meistens sieht man auf der auf der Skala dann meistens ein Naga oder ein Terrorblade oder ein Meepo wesentlich andere Asalen haben natürlich mal schauen wo sie hier reingehen eventuell hier unten aber eventuell halt nur Skyrath Mage guckt ob er oben irgendwas tun kann so ein bisschen zu Splitpushen das Problem war halt nur wenn E-Hack irgendwo raus geht was halt gerade die richtige Sache ist oder wenn halt einfach einer reingezogen wird kommen wir jetzt hier rein aus dem Hit wird ausgenutzt und Jericho lebt noch tatsächlich Ben Jess wird relativ low aber er hat hier Degis Greedy geht hier down Ben Jess ist jetzt auch down Menini hat auch noch Buyback muss man beachten und 2 zu 0 bis hinter Trade 2 zu 1 jetzt Buyback ist da jetzt müssen sie halt laufen der Oga zerreißt sich durch den Tornado oh man sonst wäre ich irgendwo noch down gegangen ah ne falsche Richtung ja 3 zu 1 der Trade plus Eiger ist verloren ja ich glaube das dauert noch so langsam sehe ich wieder Licht im Tunnel für E-Hack hier hätte es zwar nicht so wirklich rauskommen können aber Union Gaming kann nicht reingehen und wenn sie halt irgendwo in dieser Todeszone stehen kommt halt ein Badrider Forced in Fight im Highground zwischen 2 Tauern das funktioniert so nicht Union Gaming kann das nicht tun und das Problem wird halt wenn sie es versuchen ohne Aegis weil dann kann halt mal ziemlich schnell wesentlich mehr rauskommen dann sind natürlich die Buybacks da aber dann eins führt zum anderen letztlich kann Union Gaming E-Hack ein bisschen raus pushen aber ja bis hierhin noch nicht weiter definitiv wird hier ge-goat aber sollte sein Ghost Walk aktivieren zwar zwecks lasso egal aber sieht hier doch relativ einfach sein Leben auf wenn Jess BKB oh 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 E-Hack don't do this this is bad tja 3 zu 0 ein bisschen gefiedelt muss man sagen das war bitter Throws von E-Hack Buybacks kommt raus mit Invoker Badrider Hard Buyback aber hat auch kein Lasso dementsprechend lohnt es sich eigentlich für ihn nicht zu Buybacken andererseits wird der Buybacken müssen allerdings Bench ist down so stun hier evaded Menini BKB sind gefühlt aber Infinity ist schon komplett down Buyback jetzt auch von der Bench alle Buybacks Greedy wird low Leo Style ist halt auch besonders low kann noch gerade so hier machen Blink nein ist vom Feuer leider down der Skryas down könnte das BKB gewesen sein ne irgendwas ist hier gefallen ne Radiance Kurier hat einen eigenen Kurier na gut Center Warner ist hier ok Buybacks kommen wieder von Union Gaming raus zwei Buybacks wollen es hier auch auf jeden Fall wissen die Buybacks sind gerade raus Gem fällt in den Bäumen Jericho versucht jetzt hier auch abzuhauen und das Ganze noch zu turnen Ben Jazz auf der anderen Seite kam dem Cent zur Hilfe hat hier noch Snar abgeräumt Badz kriegt hier beide down und kann eventuell sogar abhauen wird auf jeden Fall knapp aber schafft es hier auch noch abzuhauen drei Helden von IHAG sind auf der Sideline und wir haben die zwei Top Net Worth Heroes zwei Top Net Worth Kors mit Bloodlust die auf die auf die Base zu rennen ja wir haben hier unten noch einen Tower dementsprechend wird hier rotiert nach oben Melini ist dran und Coil gebrochen und oh kein BKB mehr das könnte böse für Melini enden aber es geht noch Blast kommt rein kein Multicast und BKB wird für die gezonnet aber es könnte eventuell von Racklink dem reichen Jukes Jukes oh daneben gejumpt nein Ben Jazz oh da kommt der Multicast noch zum Ende aber Ben Jazz zu weit gedivet wird hier wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlen hat kein Lifestyle und ich glaube von einem letzten Swing hier der Style kriegt nicht mal die Racks und Konterthrows von Union Gaming jetzt sind diese wunderschöne Jukes einfach von Melini hier also wenn er da halt nicht geduket wäre dann hätte Ben Jazz komplettes Game übernommen auf dem Slug so besteht hier noch einige Chance Tja 2 2 zu 3 mal schauen 80 80 Bayback ist natürlich auch noch auf Cooldown von Ben Jazz hier 5 Minuten noch das zieht sich aber jetzt ist es hauptsächlich halt von von Baybacks abhängig das Problem ist wenn jetzt hier der Ingeneration kommt wie genau so aber schöner Forstaff Infinity mal ein bisschen zu früh hier und Get Greedy wird Greedy hat aber noch einen Forstaff den er vielleicht gleichsam benutzen sollte aber will nicht so ganz würde gerne initiieren bezahlt aber dafür basically mit seinem Leben BAM so Leo Style vielleicht sollten sie auf die Rex gehen nur noch Snar ist am Leben ja klar natürlich wollen sie noch bekommen aber das scheinen die zweite Rex zu sein für Union Gaming und dadurch dass auf einmal von IHAG alle tot sind glaube ich habe ich irgendwas verpasst in dem Fight gerade ja Infinity ist da ohne ohne man zu gucken gestorben und ja auf einmal ist das Spiel vorbei ups das scheint die letzte Rex zu sein Razor ist bald wieder da sehen sie auch schon deshalb jetzt wird jetzt erstmal die Range Rex geholt wie sie wohl auch bekommen mit genügend Multigas jetzt kann man auch einfach mal noch mehr Kills holen ok Leo Style auf Extended hier geht down aber sie behalten die Rex allerdings alle T4 Tower sind schon weg und jetzt ist hier ein Ban Jazz wieder drin und er ist wütend und jetzt ist das BGB down und die Multigas kommen hier rein und das sollte jetzt das GG gewesen sein Multigas OP und Slark auch im Endeffekt später OP aber halt ein schönes hin und her von den Games im Hinblick auf die BGBs ja hat sich doch schon ganz schön stark gezogen was man aber auch wiederum E-Hack zurechnen muss die doch sich richtig gut hier gehalten haben trotzdem Union Gaming nehmen diesen Sieg nach Hause und nach 1 Stunde 8 sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat schaut öfters zu wer hätte das gedacht aber nächste Nacht falls ihr Nachtschwärmer seid kommt nächste Nacht wieder ab 1.45 Uhr geht es los und zwar mit Dust Gaming ja doch Dust Gaming gegen Not Today und danach Root Gaming gegen Leviathan die Games sind schon bestätigt somit sage ich nochmal danke fürs Zuschauen demnächst seht ihr die Games halt auch in guter Qualität auf YouTube das ist das auch noch so Google na gut dann mal gute Nacht das ist das auch chip das ist das auch das ist das auch